Darf ich fragen, was Sie hierher verschlägt? Sie dürfen. Als Kind war ich hier oft mit meinem Vater wandern. Einmal haben wir uns zu spät auf den Heimweg gemacht. Es wurde schon dunkel. Ich bin beruflich hier. Ich bin Ingenieurin. Ah, Ingenieurin. Unermüdlich melden Paul Schwarzkopf und seine Mitstreiter Patent um Patent an. Das ist ein bisschen kompliziert zu erklären. Und? Wollen Sie es versuchen? Das Angebot aus Reute hatte für mich besonderes Interesse. Angeblich hat er sich in den Plansee verliebt und deshalb dort am Ufer ein Haus gebaut. In dieser schweren Stunde verbreitet Hilde Schwarzkopf Zuversicht. Wir bauen hier wieder auf. Was vorher kompliziert und unlösbar war, war plötzlich ganz einfach. Untertitelung des ZDF für funk, 2017